Yo Leute, was geht? Heute habe ich meinen Unlimited Duplication Litch für euch, aber jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz sagen, dass ich zurzeit einen Adventskalender hier auf meinem Kanal habe. Da könnt ihr auf jeden Fall richtig fett absahen. Für alle Informationen geht auf das Video in der Infokarte und ich würde sagen, wir starten mit dem Glitch. Let's go. Zuallererst braucht ihr einen Freund, ihr braucht beide einen Bunker und ein eigenes MOC. Wenn ihr das jetzt duplizieren wollt, das Auto, dann braucht ihr in eurem MOC auch noch ein LG RH8. Und ich werde euch heute auch die Sicht von eurem Freund einblenden, das seht ihr jetzt oben rechts. Und wenn ihr in eurem MOC seid mit eurem RH8, dann muss euer Freund einen Motorradclub gründen. Und wenn er den erstellt hat, dann muss er euch einladen. Und er bleibt dann in dem Screen, wo er den Motorradclub auflösen kann, weil wenn ihr jetzt reingeht und den Black Screen bekommt, dann muss er den Motorradclub wieder auflösen. Ihr seht es jetzt im Hintergrund. Ich habe die Einladung angenommen. Ich kriege den Black Screen und gehe auch wieder aus dem Motorradclub raus. Wenn ihr was nicht versteht, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich finde den Glitch auf jeden Fall mega einfach. Und ihr müsst ihn auf jeden Fall first try schaffen. Wenn ihr das jetzt getan habt, dann sehen wir jetzt wieder die Sicht von dem, der das Auto duplizieren will. Und zwar geht ihr zu diesem Mechaniker. Und dann seht ihr jetzt, dass ihr den MOC umbauen könnt. Ihr seid jetzt im MOC vom Freund. Und dann geht euer Freund jetzt einfach zu dem MOC. Und dann steht da jetzt nämlich allein eintreten oder mit Freunden. Er geht auch mit Freunden eintreten. Und dann seht ihr auch schon, dass der Mechaniker wegspawnt, dass das MOC weg ist und dass euer Freund auch weg ist. Euer Freund wird jetzt einfach im MOC-Code sein. Dann geht er wieder aus dem MOC raus. Und wenn er aus dem MOC rausgegangen ist, dann wird er sein MOC rausfahren. Das seht ihr jetzt aber auch alles im Hintergrund. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich versuche so viel wie möglich euch zu beantworten. Wie gesagt, ihr seht es jetzt auch, der Freund geht jetzt in sein MOC. Man sieht jetzt auch den anderen noch da laufen, aber ist egal. Der Freund von euch, der fährt jetzt einfach das MOC raus. Ja, dass er steht. Und wenn er das getan hat, dann geht er jetzt auf Option-Taste. Dann geht er auf Online und startet den Editor. Ja, müsst ihr euch jetzt wieder ein bisschen absprechen. Wenn euer Freund den Editor-Modus erreicht hat, dann müsst ihr euch über das Interaktionsmenü umbringen. Ja, für 500 Dollar. Ich habe jetzt leider ein bisschen gefällt und mich in den Passiv-Modus versetzt. Aber egal, Leute. Ihr seht, jetzt habe ich leider den Passiv-Modus aktiviert. Aber, Leute, ihr müsst euch jetzt einfach umbringen. Und der Freund muss jetzt nichts mehr machen. Ja, ich werde euch die Sicht auch gleich wieder ausblenden, weil der Freund hat jetzt, der muss jetzt die ganze Zeit im Editor drin bleiben. Ja, euer Freund muss nur noch die ganze Zeit im Editor drin bleiben. Jetzt müsst ihr, wenn ihr gespawnt seid, ihr müsst genau da spawnen, wo ich gespawnt bin. Am Hafen, Leute. Und wenn ihr da gespawnt seid, dann ruft ihr euren Mechaniker an. Hier habe ich wieder ein bisschen gefällt. Und zwar musste ich wieder ein bisschen näher an die Straße ran. Das habe ich dann am Ende aber auch gemerkt. Und dann bin ich halt wieder ein bisschen näher zur Straße gegangen. Das heißt, ja, geht am Anfang einfach direkt an eine Straße und nicht so wie ich. Ich habe da wirklich ein bisschen richtig gefällt. Aber, Leute, wie gesagt, das kann auch einfach bei mir passieren. Ich will euch da auch nichts faken. Wenn da ein bisschen was schief geht, dann geht es halt schief. Aber der ganze Glitch hat ja am Ende auch geklappt. Das sind so kleine Sachen. Das heißt, geht einfach zu einer Straße und dann fordert ihr euch einfach einen LLG Retro Custom oder einfach ein Auto, was ihr duplizieren wollt, an. Das heißt, das Auto, was ihr jetzt hier anfordert, ist das Auto, was ihr dupliziert. Und ich habe in dem Fall natürlich den LLG Retro Custom genommen. Ihr könnt auch den RS nehmen, also den Sultan oder irgendein anderes Auto, ja, außer Special Autos. Ich glaube, die kann man jetzt nicht, nee, die kann man nicht reinstellen. Die kann man, glaube ich, nicht duplizieren. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, Leute. Da will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer verlegen. Und wenn euer Auto dann gespawnt ist, dann steigt ihr jetzt ein und fahrt jetzt einfach dahin, wo die Schranken sind, da, also am Ende vom Hafen. Da fahrt ihr jetzt einfach hin und dann steigt ihr aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nötig ist, zu diesen Schranken zu fahren. Macht es aber einfach. Und dann, Leute, werdet ihr aussteigen und müsst jetzt einfach euren Charakter so ausrichten, dass er nach vorne guckt. Und dann, Leute, wenn ihr zu den Schranken guckt, dann fordert ihr einfach eure mobile Kommandozentrale an und wartet, bis sie spawnt, ja. Dann steigt ihr wieder in euer Auto ein. Ich weiß, es klingt ein bisschen kompliziert, Leute, aber wenn ihr es einmal raus habt, dann ist es total einfach. Wenn das MOC gespawnt ist, dann steigt ihr in euer Auto ein und fährt zum MOC. Jetzt geht es nämlich gleich darum, das Auto zu glitchen sozusagen und zu duplizieren. Jetzt kommt der Teil, wo ihr das Auto nämlich dupliziert. Und zwar fahrt ihr jetzt einfach hinten in das MOC rein und überspringt jetzt mit X die Nachrichten. Da seht ihr auch schon, ihr seid in einem verbuggten Modus. Ihr seid eigentlich im Bunker und kriegt jetzt so einen Screen, einen verbuggten Screen. Wenn ihr diesen bekommen habt, habt ihr alles richtig gemacht, dann geht ihr auf die Option-Taste, geht auf Online, auf Jobs, dann geht ihr auf Job spielen, von Roxy erstellt auf Missionen und startet einfach irgendeine Mission, ja. Und wenn ihr in diese Mission gespawnt seid, müsst ihr wieder verlassen. Das ist einfach, das macht ihr jetzt einfach nur, Leute, damit ihr diesen Screen wegbekommt, ja. Wenn ihr jetzt gespawnt seid, dann wartet ihr so lange, bis ihr verlassen könnt. Und wenn ihr verlassen könnt, dann geht ihr jetzt einfach raus, Leute. Ihr seht das, jetzt habe ich Beenden gedrückt, das heißt Kreis und X, Leute, bestätigen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr in der Nähe von eurem Bunker wieder seid, mit eurem LLG Retro Customer, mit dem Auto, was ihr duplizieren wollt. Und dann, Leute, müsst ihr das Auto nur noch abspeichern, das heißt, ihr fahrt mit eurem Auto jetzt zum MOC. Wichtig, was ich zur Zeit vorhin noch nicht gesagt habe, ihr braucht den gleichen Bunker wie euer Freund, Leute. Ihr dürft keinen anderen Bunker haben, das heißt, ihr braucht den gleichen Bunker wie euer Freund. Und, ja, das habe ich jetzt leider vorhin nicht gesagt, tut mir leid, aber jetzt habe ich euch ja gesagt, ihr müsst eigentlich immer noch dabei sein, das heißt, jetzt wisst ihr es ja. Und wenn ihr jetzt in eurem Bunker reingefahren seid, Leute, dann müsst ihr jetzt einfach gleich euer MOC wieder zurückfordern. Das heißt, ihr fahrt jetzt dahin, wo das MOC eigentlich steht, ihr seht es jetzt auch im Hintergrund. Und wenn das MOC, es wird nicht da sein, weil ihr es ja gerade bestellt habt, dann, Leute, geht ihr jetzt einfach auf mobile Kommandozentrale im Interaktionsmenü und dann geht ihr zurück ins Lager und dann wartet ihr, bis das MOC wieder in eurem Bunker gespawnt ist und dann, Leute, müsst ihr einfach dieses Auto nur noch abspeichern. Das heißt, wenn das MOC gespawnt ist, müsst ihr einfach nur noch reinfahren und dann, Leute, müsst ihr wieder rausfahren. Und dann, Leute, habt ihr es geschafft, dann ist der Glitch zu Ende und ihr habt einen LLG Retro Custom oder ein anderes Auto dupliziert, Leute. Das heißt, ihr seht es ja im Hintergrund, ich bin wieder reingefahren und steige wieder ein und fahre raus. Und dann hat es geklappt, Leute. Ihr werdet auch sehen, wenn ihr gleich wieder rausfahrt, dass ihr irgendwie 1 bis 2 Sekunden nicht fahren könnt. Ja, das ist ganz normal, Leute. Und wenn ihr dann wieder fahren könnt, dann fahrt einfach aus dem Bunker raus, Leute. Fahrt einfach wie im Hintergrund aus dem Bunker raus und dann könnt ihr euer, äh, ja, dupliziertes Auto, dann könnt ihr es auch schon in irgendeine Garage stellen, weil jetzt habt ihr schon die Kopie, Leute. Und ihr braucht auch kein irgendwie, kein anderes Nummernschild. Das ist ganz einfach, Leute. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn es euch irgendwas noch, wenn euch irgendwas noch unklar ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Wie gesagt, jetzt könnt ihr euer Auto in die Garage stellen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like, über ein Abo freuen. Und, Leute, teilt das Video an alle eure Freunde, die jetzt auch noch ein bisschen Geld haben wollen in GTA Online. Ihr habt es ja auch wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, diese Money-Jobs sind wieder irgendwie rausgekommen mit Kisten. Und wenn da was raus ist, Leute, werde ich euch natürlich ein Video hochladen. Aber jetzt würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, like, Abo, teilen, alles, Leute. Schreibt mir gerne Kommentare, Fragen, alles in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall auch meinen Adventskalender ab. Und jetzt würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein, meine Freunde. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und ich bin raus. Haut rein. Und ciao.